Oh mein Gott, Leute. Irgendwie ist die Kamera gerade nicht so. Ist irgendwas drin in der Kamera. Wie sind sie denn eigentlich auf der Kamera? Und ja, das Wetter hält nicht so gut. Ihr seht, es donnert immer manchmal. Ihr seht es nicht, aber es donnert manchmal. Und Leute, ihr seht hier oben. Vielleicht seht man das? Hier ist ein Signal wieder auf grün. Das heißt, weil der Schnellzug ja bald kommt. Also Leute, bis gleich, wenn der Schnellzug kommt. Ja. she... 2 0